Glas kann man gut neu verwenden. Aus Glas kann man neues Glas herstellen. Wenn man eine Glasfasche getrunken hat oder sie gebrochen ist, kann man sie gut neu verwenden. Wenn es recycelt wird. Nur jetzt ist die Frage, was ist denn Recycling überhaupt? Recycling ist eigentlich nichts anderes als Abfall, Plastik, Metall, Papier und andere Wertstoffe, die neu verwendet werden. Indem sie zerkleinert oder eingeschmolzen werden. Danach ist der Stoff wieder gut zum es neu verwenden. Und dasselbe gibt es immer wieder. Vom Rohstoff geht es zum Papier und zum Papier wird es dann wieder verwendet. Dann wird es entsorgt und sortiert und dann recycelt und dann wieder von wo. Aber das geht nur, wenn man es richtig entsorgt. Sonst ist es nämlich eine Katastrophe und kann nicht gehen.